Sie spielt sich seit Jahrzehnten in die Herzen der Zuschauer. Sie sind hübsch, Sie sind jung, Sie sind ganz besonders nett, wirklich. Na, danke schön. Grit Böttcher. Zu Ihrem 80. Geburtstag zeigt Heimatkanal ihr zu Ehren eine lange Filmnacht. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Herzlichen Glückwunsch, Grit Böttcher. Oh, danke. Am 11. August ab 20.15 Uhr. Ich hab da jemanden, der mir noch einen Gefallen schuldet. Nur auf Heimatkanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017